Und ich sag's euch, ich spiel das Deck derzeit nicht mehr kind. Das letzte Mal, dass ich heute Peggels gespielt habe, da waren das doch alles kleine Ferkel, Alter. Ha? Das ist gefühlt drei Jahre her. Deswegen, dementsprechend bin ich hier wirklich auch, äh... Achso, er hat E-Giant. Okay, das ist natürlich jetzt eine interessante Angelegenheit, dass er einfach den E-Giant hat. Denkt sich so, okay, ich nutz die Gunst der Stunde. Spiel dir rein, aber nein! Wir haben noch den Cage, wir haben Fischer und Cage, dein E-Giant geht baden, Junge. Der ist in eine Badewanne gefallen, der ist tot, der hat einen Stromschlag bekommen, das war's. Guck mal, Peggels in die Masse und das war's. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du machen nun, Großer? Du musst jetzt einen perfekten Darkman spielen. Was ist denn das? Das ist ja ein Armutszeugnis. Wie spielst du denn Clash-Frei, Digga? Du stapelst Kugeln und baust Knötze. Was machst du? Der Tom ist down. Junge, 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 Junge. Eldi Zetago, ich bin auf spielerischer Ebene von dir enttäuscht. Weißt du das? Ich würde dir eine 6 geben und ich würde dich gerne auch nochmal nachsitzen lassen. Ich würde sogar die Nachhilfe für dich bezahlen, so Mitleid habe ich mit dir. Das ist nicht gut, was du da machst. Gut ist gar nicht auf der Skala zu sehen irgendwo. Gut wäre gar nicht in Sichtweite. Das ist wirklich eine Katastrophe, was du da spielst.